Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Es gibt neue The Spire Aufträge und die erste davon ist, spiele die Spire Botschaft an einem Wächter Außenposten ab. Und ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Falls neu seid, euch das Video hilft, gerne Creator Code iPlayTobi im Itemshop eintragen, würde mich sehr freuen. Kuss geht raus. So, wenn wir die Aufgaben aufmachen hier, seht schon hier, man sieht es nicht, meine Chem ist davor, aber hier, spiele die Spire Botschaft ab, ist neu. Und wenn wir da drauf gehen, seht ihr direkt, wo ihr erstmal hin müsst. Also, wir müssen entweder bei Weeping Woods, da Sweaty Sands über Pleasant Park, oben rechts Steamy Stacks, Retail Row oder überhalb von Misty Meadows hin. Und ich kann euch empfehlen, macht das Ganze im Gruppenkarl-Modus. Ihr seht nämlich hier, wo eure Teammates hinfliegen und hier zum Beispiel ist der naheliegendste Ort, wo ich jetzt hin kann, zum Beispiel bei Weeping Woods. Und da ist halt keiner, deswegen fliege ich mal eben da hin und zeige euch mal, was ihr da genau machen müsst. Also, das schon mal kurz vorab. Macht es so, dann könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass da keiner ist, dass ihr das machen könnt. Denn ich gehe davon aus, wenn es einmal gemacht worden ist im Spiel, dann ist es nicht mehr verfügbar, dann könnt ihr das nicht mehr machen. Deswegen müsst ihr dann ein neues Spiel aufmachen, falls es bei euch halt schon nicht mehr da ist. So, wir landen jetzt einfach mal da und dann gucken wir mal. Einfach hier oben drauf landen und dann seht ihr schon hier so ein bisschen blau flackern mit so ein bisschen gelb drin. Keine Ahnung, man sieht es nicht richtig. Und hier steht wie immer Interagieren. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Also, einfach hier Interagieren drücken und dann seht ihr oben, spiele die Spire-Botschaft an einem Wächter-Außenposten ab. Fertig und ja, mehr braucht ihr auch nicht machen. Dann habt ihr hier irgendwie so ein, keine Ahnung, Jetpack, keine Ahnung, was das ist. Und ja, damit ist die Aufgabe auf jeden Fall abgeschlossen. Hoffe auf jeden Fall, ich habe euch geholfen damit. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, wenn ihr neu wart. Und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Also, ich habe euch geholfen. Ich habe euch geholfen. Gut. Ich hab Zeit. Nein, ich hab die сказать.